Hier stimmt etwas nicht. Was hat Mia denn? Es ist sehr ernst. Helfen Sie ihr! Mia muss sofort ins Krankenhaus. Sie könnte sterben. Aber wieso? Das erfahren wir im Krankenhaus. Meine arme Mia! Wir müssen uns beeilen. Das Mädchen wird sonst sterben. Oh mein Gott, Mia! Hören Sie auf zu heulen. Aber meine Tochter wird sterben. Ja, wenn Sie so weiter heulen. Ich will aber nicht, dass Mia stirbt. Was ist das denn für ein Typ? Hol schnell die Trage, Klaus. Sofort! Es reicht jetzt, Herr Müller. Hören Sie auf zu heulen. Das ist ja peinlich. Aber, aber, das ist meine Tochter. Du darfst Mia so nicht sehen, Max. Deshalb bleiben wir hier. Bitte halte durch, mein Schatz. Wir müssen die Patientin auf die Trage legen. Wir müssen aber vorsichtig bei Mia sein. Und wieso? Mia hat noch sehr viele Gase in ihrem Bauch und Darm. Wenn wir Mia hochheben, könnte sie wieder furzen. Soll ich Ihnen Masken bringen? Nein, dafür haben wir keine Zeit. Wir heben die Patientin jetzt hoch, Klaus. Gut, sie hat noch nicht gefurzt. Wir müssen Mia zur Trage bringen. Sei super vorsichtig. Das bin ich doch immer. Halt, Stopp! Ach du heilige Scheiße! Dieser Gestank ist nicht normal. Hier stimmt etwas nicht, Herr Müller. Der Gestank dieser Fürze ist nicht mehr normal. Bitte tun Sie etwas! Wir müssen es schaffen, Klaus. Wir sind fast bei der Trage. Noch ein kleines Stück. Oh Gott! Das ist doch nicht auszuhalten. So etwas Schlimmes habe ich noch nie gerochen. Ich muss mich übergeben. Tu es nicht, Klaus. Wir haben es fast geschafft. Oh Gott! Leg die Patientin schnell hin! Ja, schnell! Ist alles in Ordnung? Nein, Mama hatte Recht. Ich hätte Anwalt werden sollen. Reiß dich zusammen! Mia muss schnell ins Krankenhaus. Du hast Recht. Ich versuche es. Wir gehen los, Klaus. Kannst du sie nicht anschieben? Das ist doch deine Aufgabe. Aber ich schaffe das nicht. Wieso denn nicht? Ich will nicht ohnmächtig durch die Gase werden. Jetzt übertreib nicht. Beweg dich, Klaus. Hoffentlich geht das gut. Bitte Gott, hilf mir! So habe ich Klaus ja noch nie gesehen. Darf ich mitkommen? Ja, Sie dürfen im Krankenwagen mitfahren. Danke. Ich liebe Sie. Echt? Ja, ich liebe Sie sehr. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Lieben Sie mich nicht? Äh, doch. Ich mag Sie. Mögen es aber nicht lieben. Äh, ich liebe Sie. Bitte heulen Sie nicht wieder. Na gut. Können wir jetzt zu Mia? Ja, wir können losfahren, sobald Mia im Krankenwagen ist. Kommen Sie mit Mia. Nein, ich gehe voran, mein Freund. Ich bin schon groß und kenne den Weg. So ein netter Mann. Oh, Mia! Da seid ihr ja endlich. Herr Müller hat mir noch gesagt, dass er mich liebt. Warum das denn? Ich habe es auch nicht verstanden. Ich liebe dich auch, Klaus. Du musst nicht eifersüchtig sein. Äh, okay. Okay, danke. Wie oft hat die Patientin noch gefurzt? 37 Mal. 38 Mal. Das ist gar nicht gut. Wir müssen Mia schnell ins Krankenhaus fahren. Herr Müller, wir steigen hinten ein. Alles klar. Wir müssen das Mädchen retten. Oh nein, sind wir in einem Stau. Ja, das ist nicht gut. Mach die Sirene an. Gute Idee. Bewegt euch. Gut, die Straßen sind frei. Halte durch, mein Schatz. Oh Gott, wann hört das auf? Also, ich finde es nicht so schlimm. Sie tragen ja auch eine Maske. Ja, die habe ich gekauft, nachdem wir Bohnen mit Mia gegessen hatten. Haltet durch. Haltet durch. Wir sind gleich da. Nein, nicht hier im Krankenwagen. Jetzt ist die Kotze überall. Es tut mir leid. Ich verzeihe dir, mein Freund. Ich bin nicht dein Freund. Ich kenne dich überhaupt nicht. Ich bin Paul und du bist Klaus. Jetzt sind wir Freunde. Du bist ein seltsamer Mensch. Ich mag dich auch. Wann sind wir da? In 20 Sekunden. Halte durch Mia. Oh nein, hier ist ein Unfall. Was machen wir denn jetzt? Ich lasse nicht zu, dass Mia stirbt. Was hast du vor? Sind sie verrückt? Nein. Wir sind da. Mia muss schnell in den OP-Saal. Ich bringe sie raus. Endlich wieder frische Luft. Mia muss sofort in den OP-Saal. Ich brauche Sauerstoff. Jetzt bring Mia in den OP. Mache ich. Wir müssen rausfinden, was sie hat. Oh Gott, das geht so nicht. Das stinkt bestialisch. Drei Minuten später. Schon viel besser. Ist das wirklich nötig? Ja, hier stimmt etwas nicht. So etwas habe ich noch nie gerochen. Wir müssen das Mädchen retten. Ich habe eine Vermutung, was die Patientin haben könnte. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Max und Pia sollten gleich da sein. Mia darf nicht sterben. Ich kann ohne sie nicht weiterleben. Mia, du musst kämpfen, mein Schatz. Geben Sie mir das Skalpell. Ich werde ihren Bauch aufschneiden. Alles klar. Max kann spüren, dass es Mia schlecht geht. Wir müssen den Ärzten vertrauen. So wie ich es mir gedacht habe. Was hat das Mädchen? Sie hat einen. Ich frage mich, wie lange es noch dauert. Ich muss wissen, wie es meiner Tochter geht. 40 Minuten später. Da kommt der Arzt. Hallo, sind Sie die Eltern von Mia? Ja, wie geht es Mia? Mia wäre fast gestorben. Es war sehr knapp, aber wir konnten sie retten. Gott sei Dank. Was hatte sie denn? Sie hatte einen Darmverschluss. Was ist das denn? Der Darm von Mia war verstopft. Es kamen nur noch Gase raus. Können wir zu ihr? Ja, folgen Sie mir. Papa, Mama, meine Kacke war verstopft. Das wissen wir. Es wird alles gut, Schatz. Gebt einen Daumen hoch und klickt auf dieses Video, um noch eine Folge zu sehen.